Da hinten, Freunde, denn ihr seht den Zug, den ich eigentlich filmen wollte, der... ...irr...irr...ein... Ich hab bitte ja gleich den... Ich bin mir verbohnt. Und jetzt ist es sogar fast... ...und ein Stück noch, wartet mal... ...aus Sicherheit natürlich, Leute. Scheiße, ey. Ich sag extra, diese Schwimmpfer, damit ich... ...dass ich in den Kommentaren nicht gehabt zu wissen. Aber egal. Ah, alles klar. Alles klar. Alles klar. Der wird da ganz nah neben dem Ding. Da ist gleich wieder rein, ah. Das dauert noch ein bisschen. Ah, da sind noch ein paar Leute abzweifeln. Ich hab keinen Bock, das ist zu lange. Da gibt es auch noch ein Video da. Ah, okay. Der Wind ist angenehm. Ja, wieder nur eine Tür offen. Wie bei dem RE11 oder 6. Ich weiß es nicht. Okay. Er kommt, er kommt. Okay, ich bin da also. Ciao, ciao. Das war ein bisschen schnell, ne? Ciao, Leute. Ciao, Leute.